Hallo und herzlich willkommen zum Fussballincher 13 mit dem 1. FC Magdeburg und ja, letzte Folge war abrupt zu Ende, denn ich musste an die Haustür und deswegen war es so abrupt zu Ende, aber ich habe dann nur gleich alles ausgemacht, also nicht mehr weit gemacht, deswegen wir sind genau an dem Punkt, wo wir vorhin aufgehört haben. Dann schön hier die Nachrichten checken und dann noch das Sponsorenangebot, wo wir endlich vielleicht mal ein Jahr bekommen, ja komm, schreibt mal für zwei Jahre, ist ja gar nicht so schlecht. Dann gehen wir weiter bis zum Herdsatzspielen, das wollte ich ja in 3D machen. Und das werden wir dann wahrscheinlich auch machen und dann sehen wir mal Michael Mahn, naja, der ist nix, 2000 Euro vom Hauptsponsor. So und dann, das, ja kann man schon als Topspiel bezeichnen. Dann Magdeburg Dritter gegen Vierter, mal schauen, wir sind ja auch das Topspiel, dann Karlsruz Jena gegen Halberstadt und Berlin AK gegen Dynamo. Jugendtrainer schmeißt Spiel raus, ja gut, der kann auch irgendwie weg, habe ich kein Problem damit, dann noch gut nochmal schnell mit den Spielern spreche. Und dann kann man in das Spiel reingehen. Und da muss ich mal sagen, dass die alle gut trainiert haben. Dann sind wir auch schon bei einer Team-Dynamik, das ist echt schwer mal auszusprechen, von 120 wahrscheinlich. Genau, und das ist richtig gut. Ich gucke mal in die erste Mannschaft, die haben wir glaube ich schon eingestellt. Zumindest die Ausstellung, lasse ich gleich mal so. Und heute gibt es mal 300 Euro, weil es ein Topspiel ist. Und dann müssen wir auf jeden Fall die hier mal decken. Da kennt man ein paar Stück. Syre zum Beispiel, kennt man alle. Und dann gehen wir rein und schauen mal an, wie das so läuft, nämlich 3D-Spiel so gegen so. Und dann, heute wird kein Zweikampf aus dem Weg gegangen. Mal sehen, wie weit, ob, wenn wir es gewinnen, bleiben wir klar. Und KZ Jena nicht gewinnen, dann kommen wir auf 2 und wenn Berlin AK, glaube ich, auch nicht gewinnen, dann werden wir, also wenn Berlin AK verliert und wir gewinnen, dann sind wir Punkt gleich mit denen. Schau mal einfach mal, ich habe ein gutes Gefühl, weil im 3D-Spiel war mir bisher immer recht gut und ich habe wieder vergessen, die Einlaufhymne zu ändern, deswegen nicht überraschen. Und dann Semmy hier am Anstoß. Es leckt ein bisschen das Spiel. Schröter. Zubeil. Ich weiß nicht, warum es gerade leckt. Es geht gerade gar nicht. Ich weiß aber echt nicht, warum. Beck mit dem Schuss knackt vorbei. Tut mir echt leid für die Lecks. Das wird dem nächsten Spiel wieder, also wird nach dem Spiel wieder hoffentlich besser. Ich weiß echt nicht, warum das gerade leckt. Ich hoffe, vielleicht seht ihr ja auch es auch nicht, dass es leckt, aber wenn, dann tut mir es leid. Boah, es geht gar nicht. Es ist für mich richtig schlecht anzusehen. Ball in, 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 Ball in. Aber jetzt ist er nicht hinzulegt. Wir sind nicht zu leckt. Ok 1-0 für Berlins zweite Mannschaft durch Kevin Stephan. Fängt schon richtig gut an. Berlin! 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 Ich glaube, das wird ein Schwerspiel zu gewinnen noch. Wir haben bisher keine Chancers gehabt, die versuchen es aus allen möglichen Winkeln. Gelbe Karte für Tobias Hasse. Obst, zu Hasse, Reinhardt, Foul, es läuft alles gegen uns gerade. Nächstes auch, äh, Upside, es gibt glaube ich mehr Upside Sachen wie Torchancen für uns. Die alte, das lag da richtig bei mir. Ich weiß echt nicht warum da, es muss ein klares Freistuss geben. Schade. Aber Beck scheitert an Sprint. Was? Das ist, was ist daran rote Karte? Das ist nicht mal gelb. Das ist nicht mal gelb. Das ist nicht mal gelb. Ja, jetzt können wir den hier nach hinten ziehen. Jetzt ist das Spiel eigentlich schon verloren. Ich denke nicht, dass wir hier nochmal zurückkommen. Gerade weil es so eine rote Karte ist, was eigentlich in echt nie rote Karte ist. Und dann kann der auch nicht schießen. Dann ist der Beck mal 50 Meter am Tor vorbei. Aber dann ist erstmal Halbzeit. Ich versuch alles, das ist ganz klar. Alle motivieren hier hinten. Wird massiert, so. Und dann kommt Sivkes für Beck gleich mal rein. Schröter zu Ball. Wieder schlechter Pass. Hanke. Wieder schlechter Pass. Fuchs. Nächster Speed Pass. Wir kommen aber auch nicht durch. Das ist mal wieder unser Problem. Genauso wie eine unnötige rote Karte, was nie im Leben eine rote Karte ist. Fuchs. 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 Und dann steht der frei vom Tor und kriegt den Ball nicht rein. Das ist. Und jetzt Kontermöglichkeit. Foul. Aber da noch nicht. Rieber Zeusser zu Schröter. Der versucht nach vorne. Ball. Schröter. Aber da ist Sprint. 76. Minute. Wir liegen immer noch eins nach hinten. Theoretisch gesehen müsste es sowas rote Karte jetzt geben. Weil für den anderen hat es ja auch viel weiter vorne so eine rote Karte gegeben. Pfosten. Wir hätten fast 2-0. Und hätten wir unseren Torwart nicht, dann wäre jetzt das 2-0 gleich da gewesen. gewesen. Wir. 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 Wir brauchen gar nichts mehr machen am besten. Wir kommen ja kein. kein Millimeter nach vorne. Was weiß ich. Einfach so. Irgendwie halt. es leckt auch ich weiß nicht warum es leckt hat man nie wirklich gelegt jetzt auf einmal es ist ein spiel zu vergessen dabei muss nur an dem spieler vorbei ist dann frei vom tor und was macht der schießt den spieler an das ist mal wieder so klar und jetzt nächstes aus lasst mich raten fasst aus jetzt ist das spiel zu ende wir verlieren mit 1 zu 0 gegen hertha bsc die zweite mannschaft war mir rechtlich gesehen klar nach dieser roten karte was nie neben der rote karte war man sieht jener nur unentschieden das hilft uns natürlich weiter dass sie jetzt nicht so weiter weg gang sind aber berlin ak gewinnt deswegen sind die weit weg das den like da wenn euch die rucklige folge gefallen hat schaut auch in den anderen projekten vorbei bis bald und tschüss